Hallo, mein Name ist Frank Thelen und ich bin Seed-Investor bei BuildOne. Die Technologie und das Produkt begeistern mich, denn das Team löst eins der größten Probleme, das wirklich fast alle Unternehmen und Behörden heute haben. Jeder, der schon mal ein umfangreicheres Softwareprojekt geleitet hat oder Teil eines Teams war, das er uns umgesetzt hat, kennt die Problematik. Softwareprojekte sind immer deutlich langwieriger, als man das denkt. Man verzweifelt oft, wenn man kleine Dinge ändern will, dann geht es nicht, weil die Architektur einfach fest ist und oftmals werden Monate weiter dann Timelines hinausgezögert und es ist einfach ein weltweit großes Problem. Mit Low-Code soll man sehr, sehr einfach Applikationen umsetzen können. Das stimmt auch ab und zu. Solange es wirklich einfache Prozesse sind, ist Low-Code oftmals eine gute Lösung. Aber sobald es um echte Logik geht, sobald es darum geht, mehrere Datenquellen zu integrieren und sobald es darum geht, Business-Logik wirklich frei umzusetzen, helfen diese Lösungen nicht mehr und die Projekte werden noch teurer und noch komplexer, weil sie jetzt um individuellen Code erweitert werden müssen. BuildOne ist das erste Produkt, was Low-Code und Deep-Code, also wirklich komplexe Business-Logiken, vereint. Und damit kann ich quasi jede beliebige Software wirklich auch in Zeit und in Budget umsetzen. Wenn also neue Anforderungen dazukommen, wenn neue Partner integriert werden müssen, neue Schnittstellen hinzukommen, neue Business-Logiken dazukommen, dann steigt der Aufwand wunderbar linear und nicht exponentiell, wie das bei den heutigen Lösungen eigentlich üblich ist.